Und wir wollen diese Verhandlungen einordnen mit dem ZDF-Studioleiter Washington, Elmar Thewissen. Herr Thewissen, die USA setzen sich weiterhin mit Nachdruck ein für ein Abkommen seit Monaten, aber gelingt das schon nicht. Welche Erwartungen gibt es heute seitens der USA, vielleicht auch gerade unter dem Eindruck des drohenden Vergeltungsschlags aus Iran? Ja, die Hoffnungen sind eigentlich sehr hoch, aber gleichzeitig sind auch die Erwartungen niedrig, weil man weiß, es müssten sich alle Parteien am Riemen reißen, um wirklich hier zu einem Abkommen zu kommen. Man war sich eigentlich in den letzten Monaten schon mal sehr nahe gekommen mit einem Vorschlag aus dem Mai diesen Jahres. Aber dann hat es eben Veränderungen gegeben, insbesondere weil Israel auch die Bedingungen verändert hat. Der israelische Regierungschef Netanyahu hat in mehreren Punkten Nachbesserungen verlangt, gewissermaßen die Ziellinie verschoben. Das geht aus Dokumenten hervor, die der New York Times hier in den USA vorliegen. Und vor dem Hintergrund ist man skeptisch, dass es heute zu einem Durchbruch kommt, hofft aber, dass ein drohender Vergeltungsschlag des Iran vielleicht alle zur Disziplin zwingt. Die Hamas sagt ja auch, sie will keine neuen Bedingungen. Sie beharrt auf dem US-Vorschlag, den es im Mai gegeben hat. Ende Mai. Ist das wirklich glaubwürdig, wenn man bei diesem Vorstoß bliebe und Israel von neuen Bedingungen abrücken würde? Würden die Hamas dann wirklich diesem Vorschlag zustimmen? Lässt sich schwer einschätzen, weil die Hamas ja selber auch in der Vergangenheit immer wieder diese Ziellinie verschoben hat und dann von neuen Forderungen wieder gesprochen hat. Also man kann das schwer vorhersagen, aber man hofft eben, dass man einen iranischen Vergeltungsschlag verhindern will, dass das ein gemeinsames Interesse von allen ist. Und die Amerikaner sind ja vor Ort bei den Verhandlungen jetzt mit dem CIA-Chef William Burns vertreten und auch mit dem Nahostbeauftragten Brad McGurk. Und man hat offenbar hinter den Kulissen nach Teheran an den Iran signalisiert, dass man alles dran setze, diesen Geisel-Deal jetzt zustande zu bringen und einen Waffenstillstand unter dem Rubrum möglicherweise Iran davon abzuhalten, dann tatsächlich einen neuen Schlag gegen Israel zu wagen. Ist das dann vielleicht auch der einzige Hebel, den die USA gegenüber Israel haben? Israel hat ja in dieser Woche nochmal sehr selbstbewusst betont, dass man sich des Beistands der Verbündeten sicher sei. Gibt es wirklich diesen bedingungslosen Beistand? Denn das würde dann ja auch bedeuten, dass die USA gar nicht wirklich einwirken könnten auf Israel. Ja, das ist wohl offenbar so. Denn es ist klar, dass die USA mit all ihrer Macht, mit zwei Flugzeugträgergruppen, mit einem U-Boot, das jetzt in die Region entsandt ist, dann zu auch noch Tarnkappenbomber, die Existenz Israels verteidigen würden. Man hofft insgeheim hinter den Kulissen, dass es, wenn es einen Gegenschlag des Iran gibt, als Antwort eben auf die Tötungen von Anführern der Hamas und der Hezbollah, dass es sich dann ähnlich abspielt, wie wir es im April schon erlebt haben. Also Raketenangriffe auf Israel, die man gemeinsam mit Verbündeten möglicherweise weitgehend abwenden könnte. Aber wenn es ein größerer Schlag wäre, der die Existenz Israels bedroht, dann, das hat Joe Biden sehr klar gemacht, werden die USA mit aller ihrer Macht in der Region gegen den Iran, vielleicht auch gegen Ziele im Iran antworten. Und das könnte eine Eskalation bedeuten. Joe Biden, der ja aber nicht mehr lange im Amt sein wird. Ob es dann Kamala Harris oder Donald Trump sein werden, der Wahlkampf in den USA spielt natürlich auch ein Stück weit mit rein. Wie groß ist da der innenpolitische Druck, dass hier endlich eine Lösung gefunden wird? Ja, der Druck ist riesig. Wir haben ja nächste Woche in Chicago den Parteitag der Demokratischen Partei. Und da haben pro-palästinische Gruppen angekündigt, dass sie auf den Parteitag marschieren wollen. Große Demonstrationen angekündigt. Möglicherweise könnte es auch zu Unruhen in Chicago kommen. Und gerade die neue Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris steht unter dem Druck, zu beweisen, dass sie sich unterscheidet von Joe Biden in ihrer Politik. Wir glauben, dass das auch so ist. Also Kamala Harris könnte, wenn sie Präsidentin würde, eine etwas andere Politik gegenüber Israel, vor allen Dingen der israelischen Regierung, muss man sagen, dann auch machen. Aber das wird sie nicht tun, solange Joe Biden noch im Amt ist. Und deswegen ist der Druck sehr groß, so schnell wie möglich diesen Geiseldeal und diesen Waffenstandsdeal zustande zu bekommen. Sagt Elmar Tewissen. Ganz herzlichen Dank für diese Einordnung. Bitte schön.